Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Schiffsbaugenie anzunehmen bei Karsten Jammertal in Bovalus. An dieser Position nehme ich die Quest gleich mal an. Ist übrigens die Folgequest von Handarbeit aus Kultivas. Nun darf man als erstes mit Lady Jena Fachtmer quatschen und die Sprechplätze hier anklicken. Nun darf man sich nach Renadam begeben. Ich werde den Flug dahin starten und werde dann den Flug quasi unterbrechen von der Aufnahme her und mich wieder einblenden, sobald ich kurz vor dem Landen bin. So, Renadam und wir sehen uns gleich. Da bin ich auch schon im Landeanflug und hier sieht man schon Karsten Jammertal. Quest ist abzugeben bei Karsten Jammertal in Sturmsanktal. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao.